Fällbox, du gehst vor. Ich finde den Bogen so geil. Der ist auch geil. Ist er auch. Zelt. Ab ins Zelt. Ab ins Zelt. Oh, Bus bauen. Ich hab letztens geschaut, was das ist. Auch Melvin. Ist aber gut so, dass du geguckt hast. Hat noch jemand Dynamit dabei? Ja. Ich hab noch zwei Stück. Ich hab eins noch. Ich hab ein normales Sprengstoff. Ach nee, habt ihr die Keycard? Oh oh. Ich nicht. Nein. Ich hab's doch nicht. Auch nicht. Ich auch nicht. Die da. Nee. Hab ich auch nicht. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Ähm. So, Kessie, versuch du mal. Bunker. Hallo. Nütze sich für alle. Seltsam öffne dich. Wird geladen. Äh, bei mir leckt's. Leckt's bei mir auch. Wird geladen. Yay. Seltsam öffne dich. Alle rein! Wartet! So, es klemmt die Bude! Bohrmaschinen! 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 Muss man in die Richtung oder? Bohrmaschinen! Wo ist Bohrmaschinen? Wo ist Bohrmaschinen? Bus bauen! Oh nein, endlich schon wieder! Heike, entlang! Bohrmaschinen! Wo ist meine Bohrmaschinen? Also ich hole mir hier hinten noch ein bisschen was! Ich auch! LOL! Dahinten gibt es noch Knochen- und Heilmedizin! Was? Wo? Da wo du gerade hingerannt bist! Äh, ein Satz bitte! Weiche Richtung! Cassie? Cassie? Hä? Nach oben kommen wieder? Und jetzt in meine Richtung! Ähm... Diese hier! Diese hier! Tyrox rennt wieder vor! Wie immer! Im übrigen Tyrox, hier gibt es überall auch noch Bilder zum einsammeln, ja? Also ich glaube, du solltest nicht so schnell vorrennen! Ab auf deinen Kopf! Miau! Weißt du, du bringst eine Kiste zum Einstürzen, ja? So schwer bist du! Da ist ein Bild! Hier ist ein Bild! Äh... Hallo, Tür? Hä? Die mag dich nicht! Ähm... Hier liegt ja noch ein Werkzeug! Bohrmaschinen! Ich nehm die mit runter! Ich bin einfach mal auf deinen Kopf gesprungen! Jo! Wer Heilmedizin braucht in dem Gang ist noch Teuf und auch noch... Anderes Teuf! Jo! Hier liegt ein Schraubenschlüssel! Oh mein Antwort! Andere rufen die als Arme... Ist vielleicht ein schwuler Freund? Ja! Ich habe da geschrieben, dass wir in der Aufnahme sind... Die Roselinchen! Ich habe geschrieben, dass wir in der Aufnahme sind! Ich hoffe es! Hallo? Ooooo, Schapuma! Jo, ihr könnt einkaufen! hallo ich habe sie erwartet ich habe sie erwartet und erst mal einen kaffee trinken genau alles lehrräumen egal egal auch wenn er irgendein heroinsüchtiger rausgetrunken hat alles egal ich will mich hinsetzen da gibt es schokoriegel zum holen hey sony kai ist auch hier schokoriegel ich brauche schock hier automat musst du geld reinstecken lasst es euch schmecken ach hier ist auch noch mal ein schokoriegelautomat bei mir wo ich sitze ja da kann man sich nicht daran setzen ein paar schokoriegel auch hier einfach mach mal das licht an da hinter dir daneben dir ein sitzkreis ich fühle mich irgendwie bei Five Nights at Freddy's jo Taloxal was das denn Taloxal kann sich bei Sonic hinsetzen glaube ich ja komm oh setz dich auf deinen Schoß nein ach das ist schön aber schön dass hier Geld in dem Sofa ritz liegt was ja oh ich glaube ich sitze auf Geld ach stürm da was hast du sieben Münzen geschissen ja 53 Münzen geschissen ich bin ein scheißender Esel so ein Geld scheißender Esel warte mal wir müssen hier hoch Alter wir müssen da hoch oh Mist ich wollte sneaken oder ja ja wir müssen hier hoch ah Mann Sprint um euer Leben Alter wie bist du jetzt vor mich also ich sneake und sprinte dabei auch ich konnte kurz die Höh oh oh alle Blumfen oben okay da hab ich erstmal Schaden bekommen alle Blumfen runter so hat jemand gefallen deshalb hab ich keinen Schaden bekommen Cassie erinnert dich das hier nicht an dein Zuhause und vor allem diese Geräusche die ich grad im Ohr hatte das ist doch wie bei dir Hi Baby Babys im Zimmer Hi Baby das kann nicht gut ausgehen Oh Schokolade aber irgendwo war doch die Cassie wie sie äh als Kind war oh nein war das nicht ne das war dann in der nächsten Abteilung aus oh Ah ein O Okay Ich geh weiter John Das ist John Warum ist der hier tot? Vor allem wie kommt der hier runter? da ist der peter dass das was würde passieren wenn man das aufmachen würde ja was ist das das ist ja immer ganz nach ran geht einmal ganz nach an ich weiß was da oben drin sind in augen drin also kessie du bist ja richtig ein geiles mystik es wäre noch gruseliger würden die blänzeln doch stürmer ich dachte die blänzeln früher haben die doch mal geblänzelt oder nicht ich glaube schon auch hilfe ja ein bild was ich aufhängen kann ich denke seit fünf Jahren drücken danke ja ich mag die sache du 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 die 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 kommen kommen muss nicht zeigen ich war sie schon mal er war schaue ich habe er er wo ist wo ist du bist gerade in ACHIMS Richtung äh wo geht es dahin äh ok Ok, der hat sich denn gebannt. Ein Böckerfund. Wie kommt man hier rein? Oh, Schokolade. Ich will da nicht rein. Warum nicht? Schokolade, Schokolade. Hä? Ey, der ist wieder da? Ach, schlafen wir keine Relektion. Schlafen wir keine Relektion. Mach das Ding genau aus. Hey, danke. Das hört man voll doppelt und dreifach. Ich kann das nicht rausschneiden. Au. Cassie, du stehst im Weg. Du stehst im Weg. Cassie. Cassie wollte ihre Babys nicht angucken. Mann. Terratorium. Guck mal. Regenpulli, der liegt auf. Guck mal, ich schaff's via Baby-Tresor. Hehehe. Hehehe. Ach, ja. Guck mal, hier sind Babys drin. Hehehe. Darf ich auch machen? Darf ich öffnen? Na, warte. Das macht Alk. Das macht Alk. Oh Gott, ich seh ihn hier schon. Ich sammel erst mal. Ich glaub, für Alk ist das ein... Oh nein, Horn. Wie süß. Ich möcht' mir das zuhause aufhängen. Kann ich verbrennen. Oh, wie süß. Irgendwas, wo Kaffee drüber geschüttet wurde. Ach, was? Zu deiner Information, Cassie. Wir kommen nicht mehr zur Base zurück, ne? Mist. Was? Alk. Die Ehre. Ich darf... Mein Kind! Nein! Hilfe! Was ist mit dir passiert? Ja, Geilo, Geilo, Geilo! Nimm's raus! Warte nicht zu Ewigkeiten! Verbrennen! Verbrennen! Ja, was denn? Verbrennen, das geht nach allem. Nein, ich verbrenne. Ich brauche auch Knochen. Weißt du nach allem, was wir durchgemacht haben, ne? So ein kleines wird auch keinen. Okay, ich verbrenne. Ich brauche Knochen. Komm. Warum hat der ein T-Shirt mit einem Baum drauf an? Weiß nicht. Das ist doch schon... Das ist doch schon der reinste Vorbote dafür, dass man irgendwo abstürzt. Und... Ja. Ein Baum kann auch eine Explosion sein. Hm. Cool. Ey, du glickst bei mir rum. Nö, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir schwebt er. Bei mir bewegen sich die Füße nicht mehr. Bitteschön, mein Kind, dein Roboter. Ich werde dich reißen. Verstehen. Auf wen willst du dich rechnen? Ja, jetzt habe ich Augen als Rüstung. Schau mal, der ist mein Wagen. Oh. 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 Oh my God. Oh. Oh. Oh, ok, wen opfern wir jetzt? Mich! Sonic! Ich opfer mich selber! Freiwillig meine ich! Ich geh rein! Ich hab keinen Bock mehr bei euch, Susanne! Hier, lass mich rein! Ich möchte! Äh, was macht denn der? Party! Oh, ich muss noch einen Screenshot machen, genau! Warte mal! Oh, hallo! Ähm... Geh mal bitte weg, ich möchte einen Screenshot machen! Der ist hier! Da fappt sich ein! Der chill hier! Hä, der hat Arme und Beine nach oben! Nee, der fappt sich ein bei mir! Äh, vielleicht der, der hier hinter der Tür ist, ja! Welcher? Der auf jeden Fall! Der! Ach, Skyrox! Immer und überall musst du durchstellen! Oh! Sitzen! Geld! Ei! Hä? Nee, da kann man nur sitzen! Aber das Zeug wird auch immer teurer, weißt du wieso? Früher war es nur noch... Früher war es nur noch die... War es diese Sandmünzen! Nicht schon so'n Schein! Genau! Voll die Buche hier! Geil Couchmünzen! Ich hab keine... Ich hab nur noch 10... Ich kann mir nur noch 10 Sachen kaufen! Da ist sogar noch Käse dran! Was? Was? Ja, oder? Digga! Äh... Äh, Digga! Wie viele Medizin gibt's dir? Äh, ich muss erst mal was essen! So! Entschuldigung! Entschuldigung! Damit schon wieder heile! Hallo? Wie geht's? Daddy! Das Arschloch! Ja Leute! Ging das hier hinten nicht noch weiter? Äh... Der Daddy, der alles entführt hat! Yo! Ich weiß wieso der Typ, der im Flugzeug war, rot war! Fischmann sagte der, dessen Augen weiß, ob der Rest rot ist. Dadi. Yo, ich weiß jetzt, wieso dieser Typ in dem Flug, der Timmy entführt hat, rot war. Genau. Jetzt muss ich mal was testen, ob das geht. Warte mal. Man kann da drin pennen. Ja, man kann da drin pennen. Da ist alle auf der Liege pennen. Da ist man alle auf der Liege pennen. Drück mal alle auf der Liege pennen. Warum Sack? Hä? Weiß ich nicht. Hä? Warte mal. Ach, das ist hier wegen seiner Kopie. Ach so. Da ist nichts mit drin pennen. Okay, ich beende ganz kurz. Stop, 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 stop. Da ist nicht so. Alles klar, dass ich gleich versuchte dir. Vielen Dank.